Ich habe den Schlüssel verlobt. Hey, gute Frau! Ich habe mich ausgesperrt. Das ist dein Haus? Ich habe den Schlüssel abgelegt und dann ist er in den Fluss gefallen. Ich heiße Bronn. Hallo, Bronn. Ah, eine Dänin. Ich habe etwas da drin, das dich interessieren dürfte. Das legendäre Horn des Ragnar Lodbrok. Du hast Ragnars Horn? Woher weißt du, dass es seins war? Da hast du recht. Ich kann nicht ganz sicher sein. Es ist ein altes dänisches Horn. Hilf mir in mein Haus. Dann kannst du dir selbst ein Beet machen. Los! Hilf mir mal! Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Horn. Ich habe es vor langem versteckt. Verzeih mir, ich verinner mich nicht. Wo? Hilf mir suchen! Ah, ja! Ich weiß wieder, es muss dahinter sein. Gut gemacht, Dänen. Ah, sieh dir das an. Das ist kein Horn. Hm. Lass mich mal sehen. Halt! Liebe! Dänen abschauen! Raus aus meinem Haus! Dieser Mann sagte, es wäre sein Haus. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig ich bin? Ich werde euch beide häuten und vor den Stadttoren aufhängen lassen. Mein Freund, das ist alles nur ein Missverständnis. Wenn du getäuscht wurdest, Dänen, gibst du meinen Hausrat zurück und hilfst mir, den Schoten zu erledigen. Hier, das gehört dir. Bronn ist ein Lügner und ein Dieb. Er hat es nicht anders verdient. Nein! Du bist erlebt! So viel zu ihm. Du hast mir geholfen, Dänen. Dafür zerre ich... Hehehe! So viel zu ihm. Jetzt bin ich just Bob.